Hallo Leute und herzlich Willkommen zurück zu einem neuen Video von Gustav Kolibri. Ihr seht, ich stehe neben mir selbst, weil ein Freund ist bei mir daheim zu Besuch und spielt jetzt mit seinem Account aber eben auf meinem Computer. Deshalb seht ihr die Bildschirmaufnahme von ihm und er spielt jetzt an meinem Computer und ich bin da. Sag mal Hi. Hi. So, okay. Ich würde sagen, wir gehen direkt mal in den Murder Mystery Classic. Das wäre so geil, wenn ich... Oha, okay. Chance nicht sonderlich hoch. Also seine Chance ist natürlich auch ein bisschen ringer, weil ich schon länger darauf spiele mit meinem Account. Deshalb ist seine Chance ein bisschen immer ringer. Ich bin innocent. Meine Chance und mein Ding startet gar nicht. Ähm. Ja, du... Aha. Ich muss noch F1. Aber rechts im Scoreboard steht die Roll, die Rolle. Ja. Was bist du? Ja, ich bin... Nö. 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 Doch. Sowieso nicht. Nur, dass ihr es wisst. Ich bin richtig ein Minecraft-Noob. Ich spiele das irgendwie zum fünften oder sechsten Mal so. Auf dem Computer. Eichsel dich. Hallo. Hallo. Hinter dir. Ich laufe mal weg. Äh, ich bin dich mörder. Was sagt jeder? Ich bin direkt hinter dir und ich kann dich nicht kippen. Pass auf, vielleicht kommen Spinnen da raus, gell. Oh. Ich geh mal ein bisschen weg und kippe dich. Oh. Du bist nicht mörder. Du bist nicht da. Oh. Oh. Ich hab's gesehen. Nein. Was? Moment, Moment. Wie konnte ich den Teleporter zu mir teleportieren? Ja, ja. Das ist der blaue, gell? Alter, ich hab's genau gesehen. Der blaue. Was ist der blaue? Ja, ja, es war der blaue. Wie heißt der? Drück Tab und dann kannst du sehen. Ja, ja, ja. Leider kann ich... Leider kann ich nicht beide auch am Gleit... Oh Gott. Er heißt, er heißt. Das sag ich jetzt nicht. Das ist Schweigepflicht. Okay, er ist direkt unter mir. Oh, ich seh ich. Jedenfalls der Bogen. Siehst du mich? Ja. Oh oh. Das war direkt bei dir. Das ist er. Das ist er. Das ist er. Jetzt sind wir in seiner Sicht. Ja, das ist er. Das ist er. Oh shit, ich hab ihn gesehen. Ich hab ihn gesehen. Ich hab ihn. Ich hab ihn vorgesehen. Moment, wie heiß. Ja, ich hab... Er heißt, ähm... Ist das der Lennox? Lennox, glaube ich, ja. Aber man sieht eben das blaue Teil nicht auf seinem Kopf. Ja, ich weiß. Gib mal die Leiter hoch. Nein. Ich schau mal, wo der... Ich schau mal, ob er es ist. Ich schau mal, ob er es ist. Oh, ich seh ihn. Ich seh ihn. Ich bin in Italien. Nein, es ist nicht Leonis. Es ist Paulen. 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 Wirklich? Spricht man das so aus? Paulen. Ich muss sein, ja. Ich weiß jedenfalls, wie der Skin aussieht und, äh, ja. Huch. Knapp zwei Minuten. Ich kenne viele YouTuber, die einfach da nichts sagen, wenn man weiß, dass er der Murderer ist. Oh nein, ich seh ihn. Ich seh den Murderer. Aber ich finde, wir zwei sind nicht gerade die Pros und darum... Es leben noch zwei Inneres. Oh, das sind die anderen beiden. Hier ist der Bogen. Aber ich seh auf der Karte jetzt die... Unter dir, unter dir, unter dir, unter dir, unter dir. Dort. Nein, dort vorne. Oh Gott. Ja, ich... Weil ich... Oh. Komm mal jetzt. Wo ist der? Kommt da nicht. Ich hab den Bogen aufgesammelt übrigens. Falls ihr das nicht checkt, was ich gerade mache. Ich bin in seiner Sicht. Also er spielt... Also du bist in der Murderer oder ich? Nein, nein, ähm... Du... Da, da ist er. Da ist er. Schieß ab. Ja, ich kann nicht. Mach, mach, mach doch. Ich kann nicht. Okay, jetzt kann ich wieder schießen und dann... What? Er hat wahrscheinlich das Schwert geworfen. Das ist gar nicht der. Das ist der andere. Das war der Falsche. Ich dachte... Okay, wir haben zum Glück gewonnen. Das tut mir leid, echt. Aber wir haben beide gewonnen. Du warst ja auch. Ja. Oha, diese Maps. Da gibt es doch einen Jump'n'Run in der Lobby. Ich hab keine Ahnung. Die Sesselbank finde ich so cool. Genau, dort hinten ist die... Okay. Welche Chance hast du denn so? Ja, so 5, 6 so. Ich hab 11, 14. Ja, also ich eben, wie gesagt, ich habe nicht so hohe Chancen. Das liegt daran, dass ich noch nicht so oft auf meinem Account Merger Mystery gespielt habe. Wird ich aber in der Zeit, wenn ich noch ein zweites Mal mit Gustav spiele, werde ich wahrscheinlich dann mehr, ähm, mehr Prozent haben. Genau. Am besten machen wir nachher nochmal eine Runde. Das ist der Cool Battle 1 vs. 1. Das war so lustig. Ich glaube, ich habe einen Vers... Okay. Du, ähm, ich kann es jeweils immer vorhersehen, wer der Mörder ist. Ich kann vorher... Ich weiß nicht. Er ist so auf mich zugerannt und ich sehe das einfach. Soll ich jetzt ernsthaft die ganze Runde in meinem Versteck hocken? Das nehme ich noch recht gut hier. Wo bist du? Ich bin schon tot übrigens. Schau mir zu. Ich bin so... Ich bin jetzt bei ihm, ich bin jetzt direkt wo... Nein, nicht ganz fort. Komm mal zu mir, komm mal zu mir. Ich zeige dir mal was. Moment, bleib stehen, bleib stehen. Stopp, bleib stehen, bleib stehen. Ich bin... Nein, bewege dich überhaupt nicht. Ich bin jetzt direkt vor dir. Ja, tschüss. Mann, das war deine Schuld. Was? Ich... Ich war gar nicht... Ich bin jetzt gestorben. Ja, aber trotzdem, du hast gesagt... Ich gehe jetzt in das Secret. Ja, das gibt es ein spannendes Secret. Das liegt irgendwo hier. Ah, ja, hier. Du bist... Okay, du bist bereit. Hallo. Hallo. Ich bin der Taktik direkt. Spannend. Ich bin Mörder. Ja, das glaube ich dir. Irgendwie. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass du Mörder bist. Weil das letzte Mal... Kommt man hier rein. Er ist schon einmal bisher, das ein einziges Mal in seinem Leben Mörder geworden. Und das letzte Mal hat er mich so hart... Verarscht. Denn ich habe ihm die ganze Zeit gesagt, ich hätte Angst, weil... Nein, vertaust du mich, hat er gefragt. Das weiß ich noch genau. Da ist ein Portal. Nein, kann nicht. Da ist ein Portal. Wo? Da. Wo ist das? Wo ist das? Wo ist das? What the fuck? Ich bin runtergesprungen, nachher woanders... Oder das ist einfach eine Leitung. Total. Meinst du vielleicht auch eine Seilbahn? Nein, keine... Nein, keine Seilbahn. Ähm... Komm mal zu mir. What? Oh mein Gott. Da ist einer getötet worden. Ich habe null Gold. Was? Ich habe vier. Aber ich bin sowieso Detektiv. Also... Ja, aber du kannst... Doch, du kannst... Ich bin bei der Seilbahn. Und dann eine schnelle Straße liefern, wenn ich dann... Ah ja, bei dieser Map gibt es so einen Sturm sozusagen. Zwei Stürme, Stunts heißen die. Das gibt es auch auf der Schiffen-Map. Also da, wo es so ein Schiff hat. Und während dem Sturm... Jetzt seht ihr, Achtung! Warning! Stunt 1, Stunts. Ja, und hier unten? Oh nein, nein, nein! Ich habe den Murder gesehen. Und da unten? Ich habe den Murder gesehen. Es ist der Alex-Skin. Und ich bin... Nein, nein! Ich war so gierig. Ich habe das Gold gesehen. Es sind zwei Goldstücke auf dem Boden gelegen. Auf der Straße gelegen. Ich bin rüber gerannt. Und nachher bin ich gestorben. Aber jetzt... Geh mal zu mir. Meine Gier, meine Gier. Ich weiß, welcher Murder ist. Nämlich den da hinten... Den da hinten. Ist das ein Paluten-Skin? Nein, ist das nicht. Doch, doch. Ah nein, ist das ein Kürbis-Skin. Ja. Da ist doch der Murder. Weil ich glaube... Ach, ich bin auch gerannt bei dem Kürbis-Skin. Ja, ich dachte eben, von hinten, das sei Paluten. GG. Danke. Neue Runde würde ich sagen. Und falls euch sowas gefällt, und falls ich mehr Videos mit... Sekuran, heißt der im Spiel, aufnehmen soll, lasst ein Like und ein Abon da. Und schreibt es mir in die Kommentare, würde mich freuen. Und Detective Chance 1%. Genau. Zehn habe ich. Okay, Murder Chance dabei ein bisschen. Fünf habe ich. Schade, dass ich nicht beide Aufnahmen gleichzeitig abspielen lassen kann. Oder beide Aufnahmen hochladen kann. Ah, innocent. Ich auch. Ja. Schade Banane. Oh, das ist ein guter... Genau, das ist wieder so ein... So ein Ort. Leider sehen die Zuschauer es nicht. Ich kann sogar nachher direkt bei dir hochladen. Wenn du zuschauen. Es gibt so ein OP versteckt in dieser Map. Da kann man einfach runter springen. Aber... Ähm... Ja. Aber ja? Was ja? Komm mal zu mir. Wer ist der Murder? Will have? Ja, genau. Du bist so unterst in der Leiste und ich bin dritte oberst in der Leiste. Mach tap. Dann siehst du es. Ja, ja. Wo bist du? Gehen wir in unser OP versteckt. Wo ist das? Links oben in der Map. Links... Ich bin links oben in der Map. Ja, also ich bin noch nicht da. Ähm, ich finde aber nicht... Ich meine, ich weiß nicht, wo du meinst. Ist das dort in dem Haus da? Links oben in der Map? Fuck. Was du Murder? Was du Murder? Ja, ich war Murder. Du musst es sagen. Ja, am Schluss. Am Schluss mal. Nein, also... Warum genau? Du kennst die same message tweets. Also, man hat nicht mehr GGs. Ob ich... Nein. Ah, falls... Ich hatte so hohe Chance. Falls das jemand von euch weiß, wenn man nach dem Spiel GG in den Chat schreibt... Ich habe 5 Kammer. Aber ich muss jetzt HF schreiben, damit ich nachher wieder GG schreiben kann. Und wir wissen beide nicht, was das... Siehst du den Chat? Was das soll? Genau, ich hatte 14% Chance. Wir wissen beide nicht, was dieses Karma soll... Für was man das benutzen kann. Benutzen kann, ja. Wenn ihr das wisst, dann schreibt es gerne mal in die Kommentare. Sehr schön. Hast du das HF gesehen? Das HF? Das ich in den Chat geschrieben habe. Ich kann mal schauen. Jetzt seht ihr, wie schlecht er... Nein. Ja, halt ernsthaft. Ich muss mich auch ein bisschen auf den anderen achten, ich weiß. Ähm... Hallo. Okay, du bist nichts. Du auch nicht. Komm, schenken wir uns hier hinten. Oh, das ist... In der Kühltruhe genau. Ich verfriere. Hey, hier ist Sushi. Oder was ist das? Ein Kuchen. Ein Riesensushi. Das ist kein Kuchen. Ein Kuchen sieht anders aus. Das ist eine Sushi. 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 Nein. Hast du Sushi gerne? Ich habe es ehrlich gesagt noch nie probiert. Oh mein Gott, ich brauche... Ah, hier ist nochmal Sushi. Ganz viel Sushi. 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 Oh Gott, oh Gott. Alles gut. Hast du den Mörder gesehen? Nein. Ich hatte so ein komisches Gefühl. Irgendwann finde ich das immer so cool, wenn jemand anders eine andere Hand... Yes, ich habe Schild. Ich habe Schild. Und man sieht mich dann selber, wie ich den... Der mich zerstört. Also in diesem Falle... Gustav, ich habe ein Schild. Dass man mich in der Aufnahme sieht, separat. Dass man dich in der Aufnahme... Also du spielst... Hast du genug... GG. Ich dachte schon, du hast nicht genug... Für ihr Gold hat. Boah, Alter. Was? Digga, ich bin so scheiße. Was? Bist du rausgegangen? Nein, nein. Nein, du bist... Ach, du bist noch da. Ich finde es immer cool, wenn du... In diesem Falle... Boah, nee, nee, nee. Gott, ich dachte schon, ich hatte 32% für Detektiv. Da waren viele Leute drauf. Aha. Äh, wenige Leute. Viel, ja. Okay. Komm, bitte, Leute. Einzel, bitte. Wie ist das? Nein, in dieser Map. Das muss ich mal zeigen. Das ist die vorherige. Ja. In diesem Map. Gibt es... Nein, nein. Links unten, glaubst du, oder? Links unten. Ja, links unten. Okay, ich bin links unten. Och, das ist dort in den Werkstallen. Ja, genau. Dort meine ich. Okay, ich komme in den Stall. Ja, ich komme. Ich komme in den Stall. Dort ist so ein richtiges OP. Ich verstehe. What? Hä? What? Siehst du das im Chat auch? Was? Watchdog has spent 21.328 plays in the last 7 days. Steph has spent additional 3.254 in the last 7 days. Blacklisted modifications are a beneable offense. Hä? WTF? Das ist das größte OP-Verstrick, das man sich vorstellen kann. Echt. Aber am Schluss, also wenn wir zwei nur noch die Letzten wären, bekommt der Mörder eine Karte zu uns? Nein, er hat schon die Mini-Map. Die haben wir auch. Aber wir werden angezeigt, wenn nur noch ein einziger Innocent lebt. Das heißt, wenn entweder du lebst oder ich nur noch lebe. Oder wenn es noch 30 Sekunden geht, bis wir gewonnen haben. Ja. Dann bekommt er, dann sieht er halt uns und dann sind wir auf der Karte. Aber wir sehen ihn dann manchmal auch. Manchmal. Ich glaube, wenn ich noch zwei lebe, sehen alle, alle. Ich weiß nicht. Ach, da bist du. Okay. Ja, es ist... Ich finde es recht langweilig, wenn jemand einfach die ganze Zeit... Da ist der Mörder. Der Mörder. Nein! Sag's mir nicht, sag's mir nicht. Okay. Okay, Moment. Es war... Es war... Es ist der... Nein, sag's mir nicht, sag's mir nicht. Nicht? Okay. Nein, nein. Ich wüsste ihn. Der Detective wurde gekriegt. Wo ist der Bogen? Zu weit. Weg. Okay. Komm mal zu mir. Nein. Ich verfolge jetzt den Mörder. Nein, teleportier dich mal zu mir. Nein, ich bin jetzt einfach mein Mörder. Ich weiß jedenfalls, wer er ist. Auch ein anderer Spectator. Ah, hier oben. Hier oben kommt man hin. Was? Kürbis. Okay. GG. GG. Der Kürbiskopf hat ihn getötet. Der Kürbiskopf. Jedenfalls war's das mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, falls ihr mehr davon sehen wollt, auch mit Segurani zusammen. Ich hab's schon gesagt. Lasst ein Like und ein Abo da und schreibt es mir in die Kommentare. Ich würde mich freuen und wir sehen uns im nächsten Video.